Am folgenden Beispiel sehen wir uns gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel eine Formel in einem Wert konvertieren kannst. In diesem Beispiel haben wir zunächst eine Tabelle und zwar in der Spalte Obst sind folgende Einträge mit den entsprechenden Beträgen vorhanden. Nun erstellen wir eine einfache Formel, in diesem Fall einen Mittelwert auf Basis dieser Einträge. Wir erhalten nun diesen Wert und wenn ich nun diesen Wert bzw. diese Formel als Wert einfügen möchte, so selektiere ich diesen Bereich bzw. diese Zelle, gehe im Bereich Zwischenablage auf Kopieren und im Anschluss auf Einfügen. Ich befinde mich nach wie vor in derselben Zelle und gehe hier im Bereich Werte einfügen auf diese 1, 2, 3 und der Wert wurde nun eingefügt und die Formel ist nicht mehr verfügbar bzw. nicht mehr vorhanden. Das bedeutet, wenn ich nun die Einträge ändere, ändert sich in diesem Fall das Ergebnis nicht mehr. Wie du siehst, kannst du mit dieser Vorgehensweise Formeln in einem Wert konvertieren. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.